Musik Für diese beiden Leuten zu Beginn des Altstadtfestes zum zweiten Mal die Hochzeitsglocken. Bekannt, Maron! Zur Eröffnung des Altstadtfestes werden jetzt die Bühne betreten. Unsere Ehrenwerte und von Gottes Gnahen bestimmte Bürgermeisterin, Frau Angela Dankbarth. Ich möchte zunächst einmal, ich glaube, ein frisch gebackenes Braupaar begrüßen. Ist dein Mann schon weg? Nein, mein Mann ist hier. Okay. Die beiden haben heute im Rathaus geheiratet. Das konnte ich hören. Ich wünsche euch als Bürgermeisterin eine tolle Ehe, eine schöne Zeit mit viel, viel Sonnenschein. Ich habe es 33 Jahre mit meinem Mann ausgehalten, er mit mir. Macht es mir nach. Dieses Jahr ist ja mein letztes Jahr als amtierende Bürgermeisterin. Die acht Jahre sind rum. Liebe Jeferanerinnen und Jeferaner, liebe Buten-Jeferanerinnen und Buten-Jeferaner und hochvererste Gäste. Ich begrüße euch mit einem Moin Jefer. Moin Jefer. Ich möchte ein paar Ehrengäste begrüßen. Den amtierenden Wirtschaftsminister des Landes Niedersachsen, Herrn Olaf Lies. Karin Efersmeier, auch ein Dauergast bei uns und Hans-Werner Kammer. Ich begrüße ganz herzlich Anne, Heinz, Olaf, Rainer, Holl. Ich begrüße Jan-Edo Albers, Dietmar Rüstmann und Frank Schnieder. Ich appelliere an euch. Der Wahlkampf war bislang fair. Macht weiter so. Mit erhobenem Zeigefinger ermahne ich auch heute die Krawallbürsten, Vorglüher und Flaschentransporteure sowie die Vorgarten, Auffahrten und Heckenpinkler. Das gibt nur Ärger, wenn man euch erwischt. Bei uns am Haus, mitten in der Stadt, ist ein nettes Schild. Ein Mann, der pinkelt, ist durchgestrichen. Unten drunter zwei Eier und eine Schere und die sind nicht durchgestrichen. Na, na, Frau Bürgermeisterin. In diesem Sinne allen ein harmonisches und schönes Altstadtfest 2013. Dankeschön. Man beachte den Schatten. Guck mal, in die Mitte. Prost! Aha, gleich kommt. Prost! Musik Mit Beginn der Dunkelheit Musik 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 Das Doppelkinn achten. Okay, wir müssen Doppelkinn achten. Hallo, ich bin Jacqueline, ich bin Daniela, ich bin der Imke, ich bin Monique. Ja, Moin hier aus Jefa. Wir haben einige Mexikaner getroffen und wollen wissen, wo sie herkommen. Wo kommt ihr denn her? Wir kommen aus Esens. Aus was, bitte? Aus Esens. Was ist das? Eigentlich komme ich aus Hamburg, aber jetzt gerade bin ich hier. Das ist ja der Hammer. Aus Friedenburg. Aus Wilhelmshaven. Wir kommen aus dem Wangerland. Was macht ihr hier? Feiern. Feiern. Ja, Geschwister müssen feiern. Ihr seid Geschwister? Ja. Okay, viel Spaß noch heute Abend. Danke auch so. Danke. Mach Guets! Ja, wooo! Halle von Spain! 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 Links. Und dann rutsch mal aufs Netz. Eins, drei, vier, zwei, eins, zwei, eins. Das darfst du mal schädigieren gehen. Guck mal die Mitte. Ich wohne, würde ich noch nicht beißen.